Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Nachrichten. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist nur leicht gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im Vergleich zum Vorjahr 33.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das waren also jetzt die Nachrichten von heute. Aber wie sehen die eigentlich in zehn Jahren aus? Da machen wir uns jetzt mal auf die Suche. Komm! Dann den Spalt. 163 hier beispielsweise. Och nee, lasst den Blödsinn doch endlich mal. Auch ihr könnt aktiv mitgestalten. Auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Natürlich wie immer unter dem Hashtag Törtchen. Die nächsten Nachrichten, die machen Spaß. Jetzt geht's nämlich zum Sport. So könnten also die Nachrichten in zehn Jahren aussehen. Was wir dazu sagen, das seht ihr hier in unserem Blog. So könnten es gut. Also wenn es deshalb ¡die zum� juntos ja niemals eine Art questi auf! $20.000 Centortınız nach unten silTeil schon seit scheint.